Wir waren ja heute beim Handballspiel 1. Bundesliga-MT Melsung. Weiß nicht, ob ihr das so sagt. Ähm, nein. Nach dem Spiel erstmal ordentlich eine Bratwurst für 3 Euro gegönnt. Jawoll. Ach, das war so geil, die Bratwurst. Du musst dir vorstellen, das war ein ganz normales Brötchen vom Bäcker, ne? Ja. Die Bratwurst hat vielleicht 1 cm links und rechts aus dem Brötchen rausgeguckt. 3 Euro. Aber Ketchup durfte dir kostenlos dazunehmen. Bratwurst muss es geben. Was, kostenlosen Ketchup? Mit Senf? Senf auch. Senf auch, jawoll. GG. Senf auch. Wenn Senf, dann ist Ram dabei. Ja, Bratwurst mit Senf gegen den Stress. Hey, Nami. Wird auf jeden Fall meine neue Serie. Kochen mit Ram. Ey, das wär so geil, ne? Was gibt es? Es gibt Bratwurst. Nicht geil. Also, wir gehen jetzt zum örtlichen Edeka. Kaufen erstmal eine. Genau. Oder zum Revo oder Lidl, ne? Oder Aldi. Ja, wir wollen ja nicht, äh... So ist es. Gibt ja keine Werbung hier, ne? Ne, noch nicht. Ah, das stell ich mir schon echt geil vor. Dann halt auch so auf Snapchat musst du so Videos machen, wie du die dann isst. Wie ich die Bratwurst esse. Ja. Jawoll. Ah, da war der Velkos. Du bist Velkos. Nein, der andere. Der andere Velkos. Nein, hier, der Aurelion. Ich hab hier so einen Kreis gesehen. Der andere Velkos. Okay. Ja, Bratwurst hat mich ganz irre gemacht. Das war ich Hunger. Ey, der muss direkt hibbelig, ne? Um ein Viertel vor zwölf. Erstmal Bock auf eine Bratwurst, ey. Hallo, schmeiß mal gleich nochmal einen Grill an, ne? Oh, Bratwurst drauflegen. Eine Bratwurst einfach einen Grill anschmeißen, ey. Ja, von einer werde ich nicht satt. Ja, dann machen wir eine Bratwurst, ein Steak und vielleicht noch einen Bauch. Oh, der Bauch ist ekelhaft. Ich hasse Bauch. Nein, Bauch ist geil. Ja, ich hab Bauch früher gegessen, jetzt mag ich es nicht mehr so. Jetzt auch nicht. Doch, Bauch muss sein. Ja, ich bin mehr so der Typ, der zwei Steaks isst und danach einfach satt ist. Okay. Bitte jetzt nicht mal irgendwie Salat dazu oder Brötchen. Einfach zwei Steaks und das war's. Hä, hä. Ah, was will der. Ich glaube, ich muss mich jetzt so ein bisschen mal aufs Farmen konzentrieren hier. Nur so ein bisschen. Da hast du drei und er hat vier. Ist ja genauso kacke wie ich. Oh, Bruder. Schlimmer ist die Sona, die hat null, ey. Fast null. Oh, Report, ey. Na, die Akali auf der Topline hat auch nur drei und ist schon unter den Tower gepusht. Oh, die ist sogar fast tot. Das macht ja gut, der Pantheon. Ich finde unser Team auch ganz gut an sich. Oh, gut, engage. Pantheon, Sana. Du musst deine Routinen von hinten so ein bisschen rein. Ah. Mein Bild verloren, ja. Also, grad schon. Ey, was hat man jetzt gemacht? Was mach ich denn hier? Okay, wir haben uns so Barrier gemacht, wie ihr seid. Nee, wollte ich ja gar nicht. Ach so. Weil der Missklick, ey. Nee, auch nicht. Ich wollte meine Ehe nutzen. Haha. Komm, ich will dich mal ganken. Deck zum Marscheln. Nen Gang. Komm, ich sehe schon First Blood. First Blood. Ich schnuppere schon. Und da rein geht's. Ja, der will mich auch. Der ist heiß. Oh, ja, der zischte ab. Ey, ich hasse das so, dass er das machen kann, ne? Das kriegt mich so auf. Oh, könnte ich jetzt mal ausflippen, wenn er das sehe. Könnte ich ausflippen, ey. Könnte ich unsere Hose üben. Ich hab meine Hose noch an, übrigens. Äh, das will ich doch. Pantheon, First Blood ist soeben gefallen. Ja, aber du hast das anders als gemeint, oder? Eigentlich ja, aber lief nicht. Ich glaub, der kommt hoch. Egal, der ist tot. Ja, ich wollt's ja nur sagen. Alles gut. Ah, da ist er wieder so schicht und günstig. Ja, ja. Ist das echt eine passive, diese Kreise, ja, ne? Die hat er immer. Nein, die weh. Also, so, äh, seine passive kann schon sein, ja. Äh, ja. Aber er kann's halt vergrößern, so, ne? Hm. Weiß ich gar nicht, dass es so eine passive ist. Ich hab den noch nie gespielt, geschweige denn im Team gehabt. Ich hab den vielleicht das zweite Mal jetzt irgendwie im Game. Ja, im Aram hab ich letztes Mal gespielt. Du hast den? Ja. War aber ein Fehlankauf. Also, ich mag ihn überhaupt nicht. Ja, du musst halt deine Kreise genau richtig setzen, ne? Ja. Das ist schon nicht das Leichteste. Ich find ihn vom Design her ganz gut gelungen. Ja, boah, ich hatte sogar, muss ja mal angucken, wie's Gold nennen. Hat einer hier diesen Skin Boost gemacht. Ja, der ist geil. So, aussehen tut auf jeden Fall richtig nice, wenn ich noch kein einzigen, äh, Pot benutzt hab. Nachmittagsraum im Jungle, das ist schon komplex. Da muss ich schon echt aufpassen, dass du nicht einschläfst. Alter, schreit er nicht so rum, ey. Das ist mich erschreckt. Das haben wir schrien. Alter, gibt's Sinn. Geht deinen Jungle rein und... Ich denke, was geht da? Das ist doch blöde, ne? Ah, scheiße, die Sonne ist gerade in der Base. Ich glaub, ich geh auch mal Base, oder? Nee, so lange wie der da bleibt, bleib ich auch da, Mann. Dann komm ich nochmal gangen. Oder ist ein Mana? Du hast kaum Mana, aber ehrlich. Mal gucken, vielleicht wird's ja was. Ich komme. Und rein. Ah? Uh, 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 uh. Was? Der war nice, war da heiß. Nice, so nice. Ich will nicht surrendern, naja, der Botland scheiß natürlich wieder rein. Gibt's nach einer Bratwurst für... Äh, geh... Nach dem Game macht's einen Grillern. Oh yeah. Komm ich dann nochmal vorbei. Mit dem Fahrrad. Zum Bratwurst, der Essen bei Rappen. Junge, Junge, ich glaub, da muss ich ne Tag- und Nachtfahrt machen. Ha, 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 ha. Ich mach etwas Besonderes. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Uh, ich hab sogar genauso viele Farben wie er. Bin so stolz auf die Ram, du hast sogar zwei Farben, ja. Bin einer Filmmaschine, bin ich auch. Hey, du bist... Ich kann immer noch in der Fabrik sitzen. Kein Plan. Hast du so wenig lebt? Du, ein Loop. Hat dich? Hm? Warum? Da sind irgendwie so zwei blaue Kreise um mich rum. Hilfe? Ach, Kindles Mahles auf mir. Glaube ich. Hier, der... Der ist... Misikowski. 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 Kann sein, dass du Drake versuchst. Wird geguckt. Nein. Aber es Botland, wie ich den Kink hab. Dann komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Inkele wird ohne Botland. Wir könnten zu spät da sein. Ja. Ohohohohohoho. Nice, jetzt machen wir den hier noch. Komm hier, den fliegenden Typ. Nice. Warte mit Gang, Junge. Ich glaub nicht. Oh, Alter. Ich hab keinen Macher, ich krieg keine E mehr drauf. Aber egal, die Bombe sollte reichen. Help me. Wolltest du den haben? Nimm ihn. Ja. Ja, ich hab einen Blumen. Das erste Mal in deinem Leben. Egal, was das ist. Wow, war doch alles ganz cool. Ah, hier kommt ein Nami. Wir fang nicht ab. Äh. Pusen für dich. Egal, ich hab keinen Macher. Der, 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 Der. Flasher mal. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, 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 nein. Nein, alles gut. Aber ich muss Flash. Der Pantone kommt auch noch. Alles worth it. Wo wir denn hin? Wir könnten Grape nicht machen, weil ich habe absolut kein Mana. Also, minus fünf. Minus fünf Mana. der masterplan auf deinem niveau würde ich sagen das habe ich gehört du bist klar wie denn das ich habe mich doch gemutet ok dann habe ich mir doch nicht oben die krabbe aber ich gehe trotzdem mal hoch damit ich ja der tower wird wahrscheinlich fallen das ist nicht sehr schön so ein first blood tower tut weh ich sag es immer wieder wo panther blüht also wohin da oben zum oberen linie gibt mir eine ehe ist ein habe ich wo ist noch mal hier bei mir ist ein bisschen kowski da ist er doch dann komme ich mal runter zu dir dann holen wir den auch noch ab bereit rami vielleicht noch da nein oder auch nicht spielt ja mit den gneiht wie das boh jetzt macht er das auch wieder junger der spielt ja mit den gneiht der sausack ist er hier noch ist er vielleicht noch hallo nein ach was ein stinker ich habe versagt das hat sich richtig schlimm an gehört ich habe gerade dieses markierte ding von dinge gemacht von kind und auf einmal so der höhste mir ja ohne bratwurst ohne bratwurst gehört mir auch bitte zur poststraße 4 jetzt weiß ganz youtube wo du wohnst der poststraße 4 ist im nachbardorf glaube ich aber naja vielleicht bekommt die dann mal besucht ich habe nochmal ein bisschen aufgeräumt dann komme ich jetzt noch mittlere linie aber jetzt vielleicht, äh, hier ist der Akaliber, ne? ja, tot, glaub ich okay, hätte besser laufen können ja, was will die bei mir weiß auch nicht, was die da jetzt auf einmal alle wollen da war übrigens auch jetzt noch irgendwo ne Kimbrit, ne? mhm also, da stelle ich dir noch ein bisschen passend boah, das sieht richtig brutal aus, was du da alles machst, ey ja, ja hier, hier, hier hier wird Kindle sein, weil das ist, da ist gerade mal drauf mhm ich bleib trotzdem lieber John so wiegt man sich ja eigentlich, weißt du, ich mein, den Pantheon eigentlich, seit er da mal guckt und, was kann denn hier? was heißt das doch? das war der Brutzler ich sag doch, die ist da und weg ist meilt, hab ich sie auch noch, das heißt, die ist gestorben und hat das mal nicht bekommen also voll gelohnt, sagste 7,9 von 10 gelohnt, ja jawohl oh, der kriegt auch noch was auf der Toplane das läuft doch wie gebuttert hier das macht die Bratwurst jetzt muss ich mal gucken gleich vielleicht diese Kohle ist halt immer schon drauflegen so, ich geh jetzt erstmal back wie viele Kills hast du eigentlich 3 schon ja, ja im coolen Game im Gegensatz, Oriel und Zoll mit seinem wie steht der? äh, 313 joa läuft, ne? läuft ganz gut, ne? oh, 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 hier ist wieder ihr Mal in meinem Jungle ich liebe das, wenn es in meinem Jungle ist dann kannst du es immer sofort weg machen, ohne zu ne Chance zu haben oder stehen lassen und warten bis er kommt ah, das wäre bei mir hier ist Misty-Kaki, äh ja, schon wieder Botlane der Gangster da ist die Sona jetzt auch Rippchen nicht mehr oh ja, der Dingens geht auch runter Kinder ist jetzt hoch hier riecht nach Tower Dile kommst du bitte auch mal, Rami? ja, okay was macht was zur Hölle macht die Tristana da vorne? wer was wohl, bringt nichts mehr, wenn ich komme, ne? ne, ne ich bleibe lieber auch bitte es wäre mehr so eine Art Suicide, würde ich sagen wenn du jetzt noch kommst ja und Drake könnten sie eventuell machen haben wir leider wieder einmal nichts geordert, ey geht doch kurz her ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den machen Rami ist hier die der doch ein King-Crawl von dem oh oh, ne ah, du kommst weg, oder? ich komme jetzt auch zu dir oh, die sind auch noch da das sind ein bisschen viele dann doch aber die würde jetzt gleich runter gehen hier die Krabbe machen hm? da war sie doch grad schon ne, das ist ein Nami, egal da muss ich mir die Nami halt boah, wir sind auch alle hier Nami schaffe ich glaube ich noch alleine da muss ich mir kurz den Pinkwood von denen da, das ist halt auch schon wieder schön hier guter durch, warum gibt mir das keine Speed up jetzt? der Kerl hier ist miss ah, der kriegt bestimmt nie ich muss mal nachgucken nö, das ist schon weg steckt der denn? ah, hier, Hilfe komm 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 ich glaube ich komm doch nicht mehr dammit, was macht denn ihr Carly schon wieder hier? ja, unser Pantheon ist die ganze Zeit Botland ich weiß auch nicht, was er da so zu tun hat, aber nun gut äh ja, jetzt gehen die beiden auch Bot ja, normal sollten unsere stärker sein, denke ich oder? oh ne, jetzt sind es 4 gegen 2 äh, 3 ja, doch, hier, guck mal wie der Hohe kriegt der ist tot und BOOM jetzt ist er Bratwurst ne, jetzt ist er Bratwurst der hat ja schon die passende Form von einer Bratwurst Tristana steht mir immer ein bisschen blöd da sind sie, da sind sie wussi 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 da hinten du willst mich verarschen hier ist ein Nisch ja, sie ist nach hinten weggelaufen da bist ja weggekommen oh, der hat erstmal einen kleinen kassiert oh, da ist Kindred noch ich hab wahrscheinlich hier grad die Krabbe gemacht ne, die hat Kante auch nicht gemacht glaub ich ja, stimmt, stimmt hab ich gar nicht gesehen so, ich komme ne, da ist Angst wer ist K Investor oh 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 tor das habe ich mal ganz drangekocht ja hast du noch n bisschen angekrokelt Ich hab' die Lose recht. Ich hab' noch von nichts. Oh, da 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 da! Oh, da 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 da! Wuuuuh! Knappi! Wenn du E M F... ...kanzelt's. Na, guck mal, ich hab' den Tipp gegeben. Musst du dafür in Ehren danach haben, beim Game. Ja, 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 da muss ich aber erstmal rankommen. Ime Witzbacke. Und die E abhaben. Ich weiß jetzt nicht, was war. Das ist mir logisch. Ey, das ist mir logisch. Was ist das wieder für Deutsch? Kann ich ein Blue Buff? Nö. Danke! Okay. Oh, Akali bei dir. Ich bin ja auch blind da reingerannt. Geht ja gar nicht. Wie stehst du denn? 4-3. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Aber unsere Tristana hat irgendwie nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Ja. Ob man mal kennen wird. Also doch. Ah, Puncher und weiß nicht. Können die zu dritt machen, ne? Eigentlich. Oh, ich denke. Wir sind ja so die drei, die den Damage machen. Ja, den könnte man ja mal klauen. Ich habe keinen Schmiede. Ne, die werden die Botlane abholen. Dann wollen wir kurz Drake machen. Sneaky Peaky. Ja. Da sind wir jetzt aufs Meiter. Ja. Und dann auch ganz schnell. Lauf einfach. Genau. Lauf einfach. Das ist eine coole Idee. Okay. Noch mal kurz gewordnet. Ich weiß nicht, wenn es riskiert, die hier noch zu machen. Weil das kann ich mal drauf. Ich bleib doch noch mal ein Stückchen bei mir in der Nähe, oder? Ja. Warte mal auf sie. Vielleicht kommst du noch ein Stückchen näher. Wo sie ist. Schade. Dann geh ich weg. Ich hab jetzt Klinge fertig. Ich auch. Ich hab jetzt nämlich hier. Echo fertig. Blüten. Ich hab jetzt mal zum Feuer. Oh, geht ab. Das Tarn ist echt ein bisschen komisch. Weiß nicht. Steht jetzt nicht weg. So, ist irgendwie alles miss hier, ne? Ah ne, da ist der, der, der. Da ist die. Da ist der, da ist die. Überall ist der. Überall ist der. Überall sind sie. Nur nicht da, wo sie sein dürfen. Äh, traste die Akali. Hm, Tristana stirbt da irgendwo im Jungle. Ich weiß nicht, wo die da rumturnen. In der Wetten, die kommen hier runter. Ah ne, da sind alle Mitte. Alle, 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 alle. Alle, alle. Alle, alle in der Mitte. Panta kommt, können wir die machen. Uh, die Sona möchte, glaub ich, verhalten. Äh, wo rennt die rum? Freue ich mich ja gerade. Ich nehm mich kritisch. Und ich hab die nicht mal getötet, ey. Uh, guck mal sie. Unsere letzte Hoffnung. Ja, sterben tun sie aber leider nicht. Ey, Mann, ich wollte mal ein S bekommen, dieses Kerl. Ich hab noch kein einziges Wort. Weiß den Sau, Mann. Das ist so frustrierend, ne? Er ist eigentlich so ein Bob-Champ. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Na, was geht denn da mit euch schon wieder? Ja. Er hat keine Lust auf Groupen. Achso. Aber ich hab ja gesagt, dass ich ihn dafür reporte. Das ist scheiße. Oh, oh, ich hab ne Akali gefunden. Kommst du mir mal entgegen, bitte? Jo. Ich hab so ein bisschen Angst. Ah, ne, die geht weg. Ne, geht weg. Uh, ein Bluter? Willst du den Blut haben? Ja. Ich geh nicht um den. Die kleinen vier hier. Ich geh erst mal Base. Wegen die Sicherheit und so, weißt du nicht. Keine schlechte Idee eigentlich. Dachte ich mir auch. Tristana rennt da auch rum irgendwo. Und dann Red ist auch gleich ab. Den kann Tristana eigentlich haben. Ja, wobei sie steht ein bisschen schlecht. Und ich weiß nicht, wie lange sie überlebt. Ob sich der Wetter so lohnt. Ob sich der Wetter so lohnt. Das nehmen sie einfach. Gut. Armee, komm. Der Glentower steht noch. Das ist ein bisschen blöd. Ah, hinter mir. Komm, rein. Hab sie. Gut gerollt, gut gerollt, gut gerollt. Gut gerollt. Bin mal weg. Oh, hoffe ich. Alter. Puhuhuhu. die ein bisschen die Prozent die 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 Taste gedrückt er ja ich muss doch erst mal Base gehen WP Weltplate aber die ist ja nicht mehr sonst hab ich jetzt ein ansonsten Problem ich möchte nur Farmen alles ist gut die Sona da hinten auch wieder ganz alleine unterwegs er macht sowas als Supporter bitte da kommt eine MF oh sie kommt rüber weg die Sona ich dachte sie wird da abgefangen oh ja vielleicht eine Minute ab oh dann sollten wir vielleicht auch mal holen letzten haben wir uns ja auch schon gegönnt sie sind bei einer Cloud Rack ne 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 ich muss drauf kann man erstmal mitlanen da vielleicht noch mal was machen können ja die fährt letztes Mal nicht so schlecht wenn ich feilt ne die Akali können wir doch mal abholen ne der hat geflasht cool unterkilfe Ram unterkilfe Ram du das weiß ich hat doch nur noch ein Schiss kann den Drag eigentlich auch Solo machen soll der jetzt nicht so das Problem sein joa aber wir haben hier leider keine Minions mehr etsdale ... Ich weiß nicht, dass du da bist, du kommst. Das ist gut, oder? Nein. Ah, ja, okay, das ist eigentlich viel, oder? sobald eine wave kommt geht er jetzt aber nur weg wenn es ok oh das Tristana hat bock weil hier unten die Kinder fangen wir ab, die fangen wir ab, die fangen wir ab er ist da gestorben mit Tristana, wer hat er damit? oh Junge Junge oh 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 der Akali der Akali der Akali wo geht die Nami da hin? keine Ahnung sowohl jetzt können wir vielleicht mal mit land pushen oh ne der Panther holte ich auch äh äh der Blue ist da ja auch möchtest du den haben ich bin grad mal beim gegnerwischen ah ne guck ne schade pass auf pass auf ne da ist glaub ich auch wieder da gewesen oder jo dann komm ich da auch mal wieder hin damit wir ein ausgeglichenes net haben dann kommen wir doch mal mit zu unserem Blue weil der ist grad eh markiert ja können wir da zwei Klatschen mit einer Fliege hauen zwei Klatschen mit einer Fliege hauen das war ausgesehen ja ja ganz ausgesehen glaub ich er hat auch Verständnis für oh oh Kinred will mich Kinred ja hat mich markiert ja hat mich markiert ich markiert die ganze Zeit voll komisch ich glaub ich hatte das System nicht verstanden hä hä könnten wir gleich vorbei laufen eventuell und ja hier war noch die AK-Li drin da ist die MF muss ich flashen? hä hä ich wollt ja oh leu da war die AK-Li drin ja oh Anton hat richtig Bock hier hol dir mal den Red da war's warte mal hu 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 und du den Aeser Das ist fein oh ich dachte er überlebt aber er hat ihn nie geleitet geller weg geller weg weg jo jo ge-gig Blitz her schon. Oh, man sieht halt nur diese Kreise hinter dir. Oh, schön. Oh, schön. Oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh. Okay, natt. Oh, diese Koste haben wir verpackt. Doch, ne? Wobei sich jetzt noch zu sieben nicht geht sogar noch. Irgendwo war's? Ne, ne? Oh Gott. Ich glaub, ich könnte mal wieder zurückgehen. Ich hab 4000 Euro jetzt. Ich glaub, wenn ich jetzt cool bin, wenn du einmal back bist. Loll. Ja, warum war ich denn nicht mehr back? Na ja, frühbildner. 31. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Was hast du denn so hoch? Rappert uns. Is your cally? Im Handel bin ich wieder absolut gut. Warte um. Nein, nein. Ich hab's Follow-up von dir. Oh, ich hab hier den Masterplan. Pass mal auf. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh, oh, oh. Der Arme behind in dodge. pik mal fünfmal, 80 Short, okay. Da ist ja im f. Egal. Geht's nix. Nein! das war Misti Kaki bin ich meinen schönen Baron los stimmt, du bist direkt danach gestorben give me my Baron back bring me back du, ne, kennst du das Lied? ja, ja my Baron to me, to me um die Uhrzeit noch rum, ey also auch sing mit dran warte, wann hast du gesagt, musst du aufstehen? um fünf du hast ungefähr vier Stunden Schlaf, wenn ich das richtig sehe da geht deine Uhr aber ein bisschen falsch wenn du dann, ich weiß nicht, du musst ja wahrscheinlich aufstehen ich dachte, du musst morgen um fünf an deiner Arbeit sein nein, nein also dann hättest du wirklich vier Stunden Schlaf, damit jetzt ins Bett gehen und dann aufstehen ja, das ist korrekt dann ist ja noch, vor Stunden ist ja was ganz anderes ja, das denke ich doch aber auch da wäre ich ja direkt ausgeschlafen, hätte ich fünf Stunden Schlaf, Mensch so, und jetzt voll scharf da will der Ramp hier nicht machen deshalb bin ich auf der Mitteländer, dann kümmer mich hier oh leu, da ist dann Akali dann Arndrache, Arndrache, Arndrache ich denke doch nicht, aber Tristana wäre nicht schlecht, wenn die hier mal ein bisschen mitgekommen sind ich denke doch nicht, aber Tristana wäre nicht schlecht, wenn die hier mal ein bisschen mitgekommen sind aufballern, ey das macht mir keinen Schaden mehr, nein ups, ich konnte nicht mal mehr smiten, so viel hat die Bombe gezogen ach ja, ja will ich irgendwas kaufen? tatsächlich ja schon арndrache, aber ich finde es dann ist dann mal ein bisschen Damage jetzt noch mal ein bisschen Damage dazwass Ich weiß nicht, was macht die Nami denn da für ein Bild. Die hat kein wirklich richtiges fertiges Item. Tja. Ist das komisch. So, der Tower hier fällt jetzt auch. Okay, triss na einer aber auch. Wo war das der andere denn von wieder? Allein auf der Botlane gegen 4 oder so. Dann geht er mal weg. Die kommen jetzt alle hin. Hier, der Red ist aber da. Toplane, tippiert irgendwer hin. Dann hol ich den mal. Nein, der ist respawned. U, 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 u. Eiei. Da kommt auch noch Nami. Dann holen wir die Fenster. Ich hasse die Ulti von hier, man. Die ist genau so schlimm wie die von Skrindermeer. Ah, Ulti, Ulti, Ulti. Oh ja, oh nein. Die läuft einfach in deine Ulti rein, die MF. Der ist in deine komplette Moodle. Ah, der Pantheon will alles, Junge. Und äh, ja. Ein bisschen zu ergeben. Hätte die MF-Rollchen-Dur-Abgebrochen-Dur-Abgebrochen-Dur-Zielin getötet. Was ist über die Midlane? Egal, können sie sich nur rüber schaffen. Aber jetzt sind ja alle zu hoch. In a wave? Tatsächlich, sie kriegt die Midlane-Tower. Guck mal, da hast du dann noch ein gutes Game bekommen jetzt. Jo, ich denke. 12 für einen neuen Velcos, kann man schon mal hochladen. Ich hätte gerne noch ein paar Kills, dass ich vielleicht noch ein S bekomme, aber unwahrscheinlich, ne? Ähm, ähm, wenn ich... Strengst? Ja, ich glaube nicht. Also, wenn ich habe sechs Tode, das ist halt das Problem. Ah! Das ist ein männlicher Ruf. Ah! Ah! Die Ulti renne ich doch ein. Schade. Boah, die überretten wir jetzt aber wirklich jetzt ein bisschen, ne? Jo. Guck mal, wir haben ein Minion. Juhu! Ob die Nami zu töten? Tut ja keinen Zwanger. Ja, und wenn euch das Game gefallen haben sollte, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ran.